Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Wir recorden schon, alles klar. Entschuldigung. Mach nichts! Ich würde es runterfahren, dass wir nicht so von oben runter, sondern wirklich so alle auf einen. So diese ganze persönliche Geschichte. Nimmst du auf? Ja, ja. Gut. Ah. Ja. Also, es war einmal. Es war einmal. Gerald und Butze suchten nach dem wahren Sinn des Lebens in Indien. Damals wussten wir noch nicht, auch hinter Indien wirst du jetzt nicht finden. Indien, ja. Aha. Ja, dann sind wir durch Zufall in Madurai gelandet. In Madurai und zwar auf der Suche nach der Trommel Tawil, die sich Tawil nennt. Wir waren vorher beim Karnataka College in Bangalore bei den berühmten Trommlern und der berühmten Schule. Und wollten aber Tawil lernen. Und dann haben sie uns gesagt, geht runter ins Süden nach Südindien und sucht in Madurai. Da werdet ihr jemanden finden, der euch das zeigt. Total. Und das haben wir dann gemacht. Und dann waren wir die erste Nacht ganz knapp neben dem Menaci-Tempel, dem größten Tempel da in Madurai, wo auch Paramashimam gespielt hat. Und es war eine sehr, sehr hypnotische Nacht. Gerald hat laut geschnarcht im anderen Zimmer. Und in meinem Zimmer lief ein Wasserhahn in den Eimer rein. Einen blechernden Eimer. Und das war ein wahnsinns Rhythmus. Ich bin aufgeschreckt. Da haben wir das länger angehört. Meine Ton waren zusammengesucht, da reingeschoben, das Bad Tür wieder zu. Und das habe ich dann so 20 Minuten laufen lassen. Super, super. Wie eine Trommel eben. Auf Wasser-Geräusch-Basis. Anyway, am nächsten Tag trafen wir einen Rikscha-Fahrer. Den haben wir wieder gefragt. Mensch, wir sind Musiker, wir wollen die Tawil kennenlernen und so. Besorg uns einen, der die Trommel spielt. Und da hat er uns in so ein Hotel gebracht, so eine Absteige. War das eigentlich eher ein Wuffen-Illegales. Und sage und schreibe, am nächsten Morgen um 7 Uhr klopft er an meiner Türe. Wir haben noch geschlafen. Und Barmer Skiwan kommt rein, hat die Tabelle um und kann kein Wort Englisch. Ich war völlig perplex, habe mich natürlich gefreut. Okay, was ist das? Und gewartet. Er setzt sich hin auf den Boden, packt die Drogen aus und fängt sofort anzuspielen wie ein Teufel. Morgens um 7 Uhr. Ich habe geheult vor Freude. Mir sind die Tränen runtergelaufen, weil das war so absurd irgendwie. Ja, und dann kam der Rikscha-Fahrer hier, der Kondentisten, Englisch wenigstens. Da haben wir mit ihm so ein bisschen geredet. Er soll uns Unterricht geben. Wir sind Musiker und er ist halt auch Musiker. Er ist kein Lehrer. Das ist das Gute, was wir auch finden. Er hat uns das als Musiker beigebracht. Und nicht jetzt mit klein, klein erstmal alles lernen. Zehn Jahre studieren und da darfst du vielleicht mal mitspielen. Das war ganz anders. Er hat sich sofort gespannt, dass wir rhythmisch sind und so. Spielen wollen. Ja, und so war das eben dann. Dann haben wir längere Zeit bei ihm Unterricht gehabt. Haben ihn überall mit hingenommen. Er ist sehr pflegeleicht. Und kommt überall mit hin. Genau. Ja, das war so die erste Geschichte da, des Kennenlernens. Und das hält jetzt immerhin schon über 22 Jahre, diese Freundschaft. Speaking English, no. Sorry. Wollen Sie das auch in Japanisch haben oder Englisch? In der Englisch. Ja, das ist schon schwierig. Ja, das ist schön, weil du kannst damit besser erzählen, wenn es Deutsch ist. Ja. 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 Ja, okay. Du sprichst, du sprichst, du sprichst, nein, 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 andere sprichst, du sprichst, mein Gerhard zuerst schauen, du sprichst. Ja, aber 24 Jahre, 24 Jahre. Maturay, Pakiem, Pakiem. Du sprichst, du kommst, du schaust gut. Ja, 24 Jahre. Putze, Karai, Roland. After I came, Roland. Where did I get out? Parking, hotel, restaurant. I was sitting at the beginning after Putze, Karai, Roland, I got a practice. After the food is coming. After the food is coming, yes. Kundapagami. Yeah. And you, Guru Guru? After, two years later. Yeah, two years, yeah. Three years later, Guru Guru. In Kerala. Kerala. Barakala, Barakala. Very, very good man. Good. Very, very Kundapagami. Yeah. After the food. You German going? After German. Ten, ten times. Ten years. Yeah. Seven years. Yeah. Together with Roland Schäffer and Robert Schäffer. Yeah. Living in Finkenbach. Yeah, yeah. Yeah, Finkenbach. Yeah, Finkenbach. Yeah. Yeah. Three times. Yeah. Yeah. Ten years. Unit. Yeah. Yes. 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 Zipayavai zirikun nalapahambe, Kadarukuri mele lirikun naga pahambe, Najjipayavai zirikun nalapahambe, Padipadipadipadipil vilei kadu pahambe, Padalathil koolipu pahigul pahambe, Padipadipadipil vilei kadu pahambe, Padalathil koolipu pahigul pahambe, Kadu pahambe, mali meru 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 pahambe, Sостentet Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Speak. Speak, Marc. How do you meet Lamedi? Lamedi. Germany? Germany. Ja, Deutschland zusammen mit dem Embryo. 85. 85. 85. Ja, 85. Ja, 85. Was ist denn? Ja, Afrika, Indien, Nummer 1. Ja, Nummer 1. Ja, sehr gut. Sehr gut. Danke, Baba. Vielen Dank. Sehr gutheuer. Sehr gutheuer. Sehr gutheuer. Sehr gutheuer. Sehr gutheuer. Sehr gutheuer. Pannafandale, Pannahra sinthvaa bhagdhiane. Ustaz, U, U, U want to go not here yance? Ustaz, Bikido. Passport no? Das ist gut. Schock, schock. Möck, die Pfeiber. Sehr gut. Das ist ... Das ist gut looking. Das ist gut looking. Bani, du bist total in der Sonne. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Möcki. Das ist Möcki. Das ist gut. Sehr gut. Okay. Du kannst du nicht mehr wissen. Vielleicht ... Ich möchte nicht mehr wissen. Vielleicht ... Vielleicht in India kommen nicht mehr für Sie. Vielleicht geben Sie für Sie für Sie. Vielleicht geben Sie für Sie. Okay. Let's go to Nigeria. Go to ... Schangu Festival. Genau. Das ist ... Sehr nimrod. Das ist die größte Spalante anothere. Ja. Du kannst ... This is die tramacak. Sehr gut. Wir wollen ... Wir wollen ... Wir wollen ... ... Mir machen Sie für Ihre Kappel. Wenn Sie. Wir wollen Sie eine ... Errke ... Wir wollen Sie dir eben ... Wir wollen ... Das ist ein Eilis. Und keinem. In Kanada, Indien. Ja. Hier ist es, in Putin. Ja, aber auch in Afrika für einen Snack. In Afrika ist das nicht. Ja, auch in Afrika. Das ist das gleiche. Sack, Snack. Sack. Auch in Afrika. Nein, nur hier. Schau! Auch für den Afrika-Cobra. Nein, Palenzi. Ja, eben Palenzi. Wie geht es? Es geht nicht. 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 Es ist schade. Es geht nicht. In India. Es geht nicht. Tänz? Es geht nicht. Ob Feder! Ja, oli in Kaste. Muh给a. Du willst also zu solventen nach Deutschland originals? Auf showers zurück zu주세요. Aber erstmalential nach Deutschland neoここ! Ich bin fünf Jahre alt. Ich hatte drei Jahre alt. Sie haben drei Jahre alt. Nummern ist drei Jahre alt. diese Leutebünen ist über dever Liam. Das ist natürlich nicht nur für ein Haus, sondern es auch für sie zu Hause, die ersten Mal sehen, die ersten Paswurt. Die Leute sind nicht in der Nähe. Sie sehen, heute pai ist er eine ganze Zeit ab. Sie müssen das nicht verräumt machen. Das kann man nicht verräumt machen. I wish they paid money, paid money but paid money. Over money. Only money. Money. Two dollars, I've ate money. They were very ‧ but they were speaking to Medass. Medass. Yet Roland tried but very difficult. Very difficult. This man had very good day to All of the peopleopes. Das ist ein Kind. Ja. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Ja, 2020. Ja, in Madurai. Kerala. Kerala. Kerala, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hast du jetzt noch eine Frage, was man ... Ja, sehr, sehr wunderbar. Ja. Ja, ja. Ja, zum Beispiel bei uns, die interessiert nach Nigeria zu reisen. Ah, ja. Das kommt von ... Ja. Speaking, why you want to go to Nigeria? Why? When? Why? When? You. You, Nigeria going. You want Nigeria going? Yes, my work man. Please, please. I will go to Nigeria. My family, my son, I will go to Nigeria. I will go to Nigeria. I will go to Nigeria. No, no. I will go to Nigeria. Yes. Yes. Would you like going to Nigeria? Yeah. Yeah. Yes. Yes, we go. Yes, we go. Yes. 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 Maybe Mali wants to go to Nigeria. Mali, they want to go to Nigeria. Yes. 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 Look for families, nice. Yes. It's very good. Yes. Well, you talked about. Roland, not much money, Luigi always working. Peter said I can't go. I must pay home. I'm my friends. So go there. One time. What's with you? With me. He was actually going to Nigeria. He could have a few plans. Okay. I'll do three weeks with Nigeria. No matter what you like. Für Peter nicht. Richtig gut. Nigeria ist sehr gut. Same weather. Not für Peter. Rain kommt. Ja, aber nicht für diese Zeit. Nein, nein. Welches Monat ist gut in Nigeria? Welches Monat? Februar, Februar? Januar, Sam. Same weather. Juni. 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 Amerika. Japan. 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 Roland, die sind. Roland diesen Solo-Kochts. In der Skinner haben wir nun auf den Markt zu essen. Super. Mani-San. Mani-San! Mani-San. Mani, yes. Mani-Kami, Kobi, Eitami. Mani-Prest, Manna. Eitami, Kobi. Müzi? Runs away, Müzi? Mezi. Mezi? Oh, Guzi, Müzi. Eating. Stichwort. Eating. Eating. Eating around the world. Eating. Very good. Running and eating around the world. Drum and eat. Drum and eat. Die neue Erfolgserie. Drum and eat. Drum and eat. Drum and eat. Don't forget to sleep. Drum and eat. Yes, okay. Okay, let's go eat now. Okay. Yeah.